Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 20.05.2019. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo, schauen wir mal in den heutigen Item Shop rein und da haben wir einen neuen Emote, den Oldschool. Alles klar. Jo, da würde ich sagen, da fangen wir einfach mal auf der linken Seite an. Das haben wir gestern bereits gehabt. Wir können einfach mal jetzt gucken. Ich klicke mich mal hier kurz durch. Das Video von gestern wird verlinkt. Und wir schauen jetzt einfach mal in die Noten von euch rein. Wie habt ihr jetzt abgestimmt? Inzwischen sollten ja schon deutlich viel mehr Noten da sein. Gucken wir mal hier. Einmal für den Ether. 4,18 von 5 bei 17 Votes. 33 Reminders. Dann haben wir den Versa. 4,19 von 5 bei 16 Votes. Auch 13 Reminders. Dann die Tech-Turbine. 2,75 von 5 nur. Okay, die ist scheinbar nicht wirklich gut angekommen bei euch. Ja, kann immer passieren. So, und dann haben wir zu guter Letzt noch... Nein, die haben wir nicht. Moment, jetzt muss ich erst mal schauen. Wo ist es denn? Ah, da ist er, der Web Wrecker. Und er ist auch nicht gut angekommen. 2 von 5 bei 4 Votes nur. Alles klar. Damit sind wir hier bei diesem Set auch schon durch. Wie gesagt, wenn ihr es euch ausführlich anschauen wollt, oben in der rechten Ecke das Video. Dann haben wir hier den Raben heute. Na klar, Kulskin. 10 von 10. Das muss sein. Und hier haben wir ein Voting von 4,46 von 5 bei 155 Votes. Am 6. April 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 307 Reminders. Dann haben wir hier den Ravage oder die Verwüstung für 2.000 V-Bucks. Das Teil natürlich auch... Ja, kriegt von mir auch 10 von 10. Das war die falsche. Da haben wir den Ravage. 4,32 von 5 bei 139 Votes. 307 Reminders. Dann geht es weiter. Dann haben wir diese Iron Beak oder den Eisen und Schnabel. Hammer Teil finde ich mit. Einer der geilsten Picken überhaupt. Kriegt von mir auch. 10 von 10. Die Iron Beak. Und hier haben wir derzeit 4,32 von 5 bei 38 Votes. 49 Reminders. Jo, dann sind wir beim Feathered Flyer oder dem gefiederten Flieger. 7 von 10 für den Feathered Flyer. Da haben wir 4,39 von 5 bei 23 Votes. Am 6. Am 6. April 2019. Erstmal drin gewesen für das Streaming. Für 800 V-Bucks Feathered Flyer. Dann sind wir hier beim John Wick Set. Das hatten wir ja jetzt auch schon ein paar Mal drin gehabt. Auch dazu das Video oben rechts in der Beschreibung. Da können wir ganz kurz gucken, wie da jetzt aktuell eure Noten sich entwickelt haben. Hier haben wir 4,09 von 5 bei 58 Votes. Jo, 38 Reminders. Dann haben wir... Wo ist es denn? Genau, das Be Seeing You. 4,15 von 5. Bei 13 Votes. Dann haben wir den Bulletproof. 4,08 von 5 bei 12 Votes. Und dann müssten wir die Simple Sledge haben. Genau, 4 von 5 bei 19 Votes. Dann sind wir auch mit dem Set hier schon durch. Wie gesagt, wer es alles genauer wissen will, einfach oben in der rechten Ecke gucken. Da ist der Link zu dem Original-Video. Jo, dann sind wir auch schon bei den Daily Items angelangt. Und da haben wir jetzt den Abstrakt. Und der Abstrakt kriegt von mir hier 5 von 10. Ich finde den nicht ganz so cool, muss ich sagen. Und der hat derzeit 3,41 von 5 bei 59 Votes. Am 13. Mai 2018 das erste Mal drin gewesen. Also jetzt knapp ein Jahr. 12 Mal seit dem 48, wie man das. Jo, dann geht es weiter. Die Batsicle oder den Sichelschläger für 800 V-Bucks. Und der Teil, ja, ups, wollte ich eigentlich. Ist inzwischen ein Kult. Kriegt von mir 7 von 10 die Batsicle. Und Batsicle hat hier derzeit ein Voting von 3,43 von 5 bei 54 Votes. Am 12. November 2017 das erste Mal drin gewesen. 81 Reminders. 32 Mal seitdem. Hier sind wir bei dem ins Schwarze. Der Bullseye. Bullseye, ein Kult Skin. Ich finde ihn jetzt nicht ganz so krass wie ihr. Ja, kriegt von mir trotzdem inzwischen auch schon 7 von 10. Und hier haben wir derzeit 4,56 von 5 bei 72 Votes. Am 7. November 2018 das erste Mal drin gewesen. 7 Mal 488 Reminders. Für 800 V-Bucks. Der Bullseye. Dann haben wir Smooth Moves. Und Smooth Moves ist natürlich auch einer der kultigsten Dinger hier. Smooth Moves kriegt von mir auf jeden Fall 10 von 10. Mega geiles Teil. 10 von 10 für Smooth Moves. Gucken wir mal, wo sind wir hier am Start. Hier haben wir derzeit 4,63 von 5 bei 79 Votes. Am 1. Oktober 2018 das erste Mal drin gewesen. 10 Mal seitdem 322 Reminders. Dann haben wir den heiß und kalt. Jetzt gucken wir mal hier nochmal ganz kurz durch. Finde ich nicht wirklich so prickelnd. Können wir mal schnell durchklicken, das Teil. Gefällt mir persönlich nicht so. Heiß und kalt kriegt von mir nur 5 von 10. Und hier haben wir momentan ein Voting. 3 gemacht hat von 5 bei 16 Votes. 31. Januar 2019 das erste Mal drin gewesen. 57 Reminders 4 Mal für 300 V-Bucks. Dann kommen wir zu dem neuen Emote von heute. Den schauen wir uns jetzt mal an. Ja, finde ich eigentlich ganz cooler Teil. Werde ich auch ein Video dazu machen. Kriegt von mir 9 von 10. Schöner Emote. Gucken wir mal, wie hier momentan die Noten für aussehen. Ist dafür denn schon ein Rating eingegangen. Oh ja, da haben wir schon 2 Votes. Und zwar haben wir 4,5 von 5 bei 2 Votes. 5 Reminders jetzt schon für 500 V-Bucks der Oldschool. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben. Da schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Fortnite Daily Shop News mit mir. Nimmhahn gleich. Haut rein. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen.